Musik Musik Eigentlich ist das ein Treffpunkt, sage ich mal, vor allem für Jugendliche aus ganz Deutschland, die hier zusammenkommen, sich kennenlernen, an Projekten zusammenarbeiten, sich weiterentwickeln. Es macht ziemlich Spaß, auch so mit anderen, weil man sonst irgendwie so allein bei sich in der Kammer sitzt. Und hier bei JugendHacks hast du halt wirklich dieses, dass du mit Leuten zusammen im Team arbeitest, zusammen eine Idee entwickelst, die das zusammen umsetzt und halt nicht so wie Unterricht dir etwas beigebracht wird, nicht vorgegeben wird und erklärt wird, sondern du kannst dich selber ausprobieren. Es gibt halt in Deutschland Jugend musiziert, Jugend forscht und Jugend hackt ist eigentlich das, was noch fehlt. Ich habe auch selber das Gefühl, dass in Deutschland viel zu wenig Geld oder viel zu wenig Energie da reingesteckt wird, Kinder an den Computer heranzuführen oder zum Beispiel, ich hatte keine Informatik in der Schule und ich glaube, die Schule, auf der ich war, hat immer noch keine Informatik. Und deswegen ist es umso wichtiger, die Kreativität und die schon sehr frühen Erfahrungen mit Computern immer noch zu verstärken und den Leuten auch zu zeigen, dass es da noch mehr Erfahrungen gibt, die man erlangen kann, dass es noch mehr Kinder gibt, die genau das Gleiche machen und genau das wollen wir hier erreichen. Unsere Gruppe ist halt eigentlich die Idee aufgekommen, Visualisierungen zum Thema Wahlen und Umfragen zu machen. Wir haben ein Spiel programmiert, Bananen-Pong und haben dann einen Controller gebaut und ihn an das Spiel angeschlossen. Man muss immer die Maus festhalten, damit Strom durchkommt. Wir benutzen auch Open Data. Wir haben nämlich in unserer Website eine Karte integriert, die auch gleich den kürzesten Weg zur nächsten behindertenfreundlichen Gaststätte anzeigt. Zum Glück haben wir eine Datenbank gefunden, in der schon die Geodaten getaggt waren von den Städten und von vielen Unis auch. Wir brauchen logischerweise Wetterdaten und die sind möglicherweise auch frei verfügbar, und zwar bei Open Webermaps. Wir wollen halt zeigen, dass wenn Jugendliche diese Daten in die Hände bekommen, dass sie sehr kreative Sachen damit machen können. Und es ist natürlich auch Motivation für Politiker sein, noch mehr Daten herauszugeben, damit wir insgesamt unsere Gesellschaft besser machen können. Für mich war da auch viel Neues dabei, wie dieses Auslesen von Datenbanken aus dem Internet. Ich war beispielsweise gestern bei einem sehr interessanten Vortrag über Processing Mapping. Ich habe eine neue Programmiersprache gelernt, JavaScript ein wenig. Zum ersten Mal habe ich mit Python gearbeitet und das war ziemlich anstrengend, aber auch echt cool. Und ja, generell einfach auch mit diesen Maps arbeiten und so, weil ich hatte HTML auch in der Schule, aber nur so Ansätze und das Ganze ausarbeiten und so. Und in einer Gruppe an einem Projekt zu arbeiten, das war neu. Wir haben die BladeCollect entwickelt und zwar ist es eine iPhone-App, die Stolpersteine auf einer Karte darstellt. Die Daten liegen als CSV bei Berliner Open Data Portal vor. Und der Gewinner in der Kategorie Best in Show ist BladeCollect! Vielen Dank und kommt gut nach Hause. Und nochmal einen Riesenapplaus! Vielen Dank!